hallo herzlich willkommen zu einer der folge von team sonic dort wo man rennt fährt und diese runden spielen jetzt weg weil wir letzte folge nicht später obwohl die big freigeschalten habe aber schon unbedingt verkehrsstau und da im spring weil verkehrsschau ja und naja und es tut mir noch leid ist in der letzte folge dass sie endwort benutzt ab und zweites negatives immer noch leid wirklich ich meine es ernst den ding 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 das war karte oh mein god big speats oh mein gott big für sich scheiß an den 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 big für sich als richtiges lobby an so wie ein scheiß langsamer charakter aus und grund bin ich trotzdem zweiter auch nicht schlecht charakter spielen es viel zeit echt nicht gut an zu spielen ich meine ich will schon anfühlen würde also es wird verblickt hast dich an aber im technischen gehört sich das eigentlich gar nicht ich bin erster ich brauche das er braucht die items die wixer jetzt sind sie auch von zweiter und dritter mach ich gerne und das eben hinter mir es ist für sich hat richtig langsam an wenn man wirklich spielt fühlt sich derzeit richtig langsam an also wow oh 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 wasser er will angel seife was den ding 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 die sind gefährlich und ein gegner kommt noch spaß konnte ich war nicht zwiebelst bekommen fühlt sich schnell an haha überholt du wixer das war immer zuviel amy warum bist du letzter du wixler ums geburt hier bitte und ich bin weg und ich bin langsamer drehte lang und scheiße denn ich rede lang mit und mit ins ziel bin ich gut erster zweiter der von dem hater und so ich bin weg 26 eigentlich das stress konzept ist dringend herausforderung werde diesmal schaue spielen der gebore der geboreite ein automatisch top und umsichtbarkeit fahre ein genau um sie wird so um deine mitglieder zu helfen du spaß nein du spaß denn hey was soll ich dir kurz erzählen wenn der baum noch schon sagt hey dass du langweilig verpasst bist das wird ein bisschen knapp Das war's. 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 Okay, okay. Okay, okay. Das war's. 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 das war so ein rückwirkus war doch fucking geil ich habe es geschafft den sonic im bus spiel zu geben und dann hat er mir ins büste ergeben das büste und ultimate warum nicht mehr nackt jetzt meine ringe weg aus dem den ding ding nee all right ja das wirklich oh leid oh das stings in die mini nein 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 na geht zwar muss so weit hinten ich hab den schnack jetzt gehen soll na geht's ok na geht es doch da wir gewinnen als team wo omega 0 das war ich glaube ich habe schon gewonnen wobei ich glaube nicht nä 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 ja noch nicht gewonnen leider noch nicht aber wir werden bald gewinnen wenn wir es nichts mit von punkten abschließen dann haben wir hundertprozentig geworden wir kann uns niemand mehr unser casinopolis 2 warte mal ist nicht das kannst du nur polis was ich kenne erfolge spieler mich nicht mehr spieler 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 spiel ich finde ich oder hat jetzt haben wir den bus geben also nur nobody knos wo das war klose ja das war halt im kriegen leider nicht sony vom soweit finden place 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 danke um die suche flogen sind schon überrascht diese potzen so merkwürdig das bin erst Final lap Don't miss the boot Dunger Nuggets Ah now I'm racing Before I wasn't racing Oh my God, why did the gun shine come on? Oops Oops Kiehl! Nein! nein was soll das hätten bei einer volle punkte gab aber nein genug ist wieder alles ruinieren ich schon wieder ein knackes was soll das das war doch nicht wahr sein bitte knucklitz und tut es nicht wieder mann die knucklitz hat schon wieder das volkensal ruiniert es kann man nicht wahr sein die knucklitz war uns klug jetzt in unser team er kann noch nichts doch das mina ich nicht 333 nanny das allein kreischen wir gehen okay nein ich bin zu behindert wenn ich daran gedacht ist dann verknüpfen kann hey watch it was er noch so nicht ich habe auch zu singen die kuh losgelassen und das nein der droid der huhr hat das mal meine alte zettort zwar absicht Alter, fliegt man hier weit mit Dings, mit dem Stunt zur Seite Warum bin ich schon wieder so ein Crash gefahren? Bin schon wieder falsch gefahren Mach doch mal die Augen auf Mach doch mal die Augen auf Nein, 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 wirklich, der Scheiß-Ulster Waki, waki, waki Ich bin nicht der All-Star, warum sagst du der All-Star zu Ultimate? Warte mal, knack jetzt von, hab ich ja nicht gemerkt Nein, du Schotzer, danke Sonic Auf dich, lieb Nein, was soll denn das Scheiß Danke Okay, jetzt hat mir noch mal Mut gegeben Zeit für meinen Sheetweg Scheiß und d 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 eu bestimmung mit dem maul ja der schweizende ist der nackt das haben sonic und damit es gemacht dass soweit hinten gefallen sind wollen wir in der ultimate von warum sagt jetzt so weit nach hinten geflogen was hat nackt jetzt gemacht alter halte ich jetzt meine kamen wir insgesamt gewonnen aber was er sie gemacht so bleiben und reine scheiden sich ausschließen die allerdings kann man ich bin mal schau wieder also ich mag schau und tales haben eine schluss und schließt okay also dieses überlebens trennen machen wir noch dann war es auch wieder mit der folge das ist nicht abhängen stehen noch schnellen schluck bevor es dann los geht so perfekt nicht perfekt überhaupt nicht perfekte menschen super scheiße die sind gefährlich das ist nicht einfach in der maus amy und bixen die weichen sind hier schon wieder was machen die haben sollte nach hinten okay ist jetzt okay sind jetzt wieder von alt ist hier so einer kinden gefallen jetzt ist ein bisschen ausgeschrieben er scheint immer 2 nein 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 du bist dein geist dabei ist um weihnacht weg zur hohen place warum ist warum ist diese itembox heute rum wir werden die ultimate erst einmal einsetzen bei der letzten kurve die genannten setzen jetzt schneiden wir sitzen einfach direkt danach hat sie uns mit der ultimate nicht eingeholt okay okay noch nackt und silver ja 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 dab on them he does pop 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 papapapau easy und lassen teammate ausgeschieden ist nur wegen meinten überragenden fähigkeiten ich bin halt einfach nur gut so sagen es mal so die freigste team vektor warum team vektor niemand weiß ist aufkleber halten flammen so kann man das wahrscheinlich stings war zehn kappen kredits und 56 mal ex was der mk 3 sonnenuntergang kristallkondensator kettendüsen rosige reifen impuls reifen reifen farb set queen hill diffusor bügel tornado turbine legendär kristallkondensator bern dem on the meters rutsch feste reifen blitzhauber semi aktive federung blinderplatte pico bügel propeller nase legendärer sahneschlitten schlitzereifen schlitz 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 und so super hier war es einfach nur super ja finde ich super wirbelwindreifen wirbelwindreifen farb set clay salat legendärer hybrid aeromortor exo rüstung spieler reifen flexi flitzer jumbo federn süßer propeller hektik flüge hektik legendärer spieler reifen ich bin das was man diese vorgesehenen sechs bis dann schau schlitz schlitz